Jo, und ab geht er, der Peter. Hallo? Trau dich. Ach, das sind wir so viele Viecher. Ja, blut. Lass mich raten, ich bin hier gerade bei der Truppe für Lichthammer oder so. Ich hätte gern ihn. Danke. Noch mal kurz nachgucken. Der links ist normal und rechts machen wir hier drin mal lieber Streu. Sicher ist sicher. Haha, genau. In so einem Raum waren wir doch ganz am Anfang, wo irgendwer, glaube ich, mal erledigt wurde. Bitte. Ich hoffe nicht, dass das jetzt hier so ein Verteidigungsding wird, wo gleich massig Gegner kommen und... Ja, das hat schon was ganz dezent Gruseliges hier. Ich bin nur gerade froh, dass ich diese Spiele nicht immer mitten in der Nacht aufnehme. Ich meine, ich kleiner Schisser hätte ja dann viel zu viel Angst. Naja, was soll's. Da geht's hier runter, wir gehen mal gucken. Billy, ich komme. Billy! Nein, das hast du gut erkannt. Du hast ja die meiste Zeit am Boden gelegen, aber hey. Wo hin, na? Sieh an, sieh an! Wo, wer, wie, was? Au. Au, was soll das denn, du Arsch, da hin? Okay. Wer das so möchte... Kein Ding, kein Ding. Bitte. Bitte. Aiming. Aiming braucht kein Mensch, sage ich ja immer. Okay. Das läuft fantastischerisch. Ähm, wieder Schrot. Schrot ist kacke, wir nehmen da auch normale Schüsse. Gruselig. Da haben wir... Wasser? Schön. Mal gucken. Pfütze. Tür. Kriegen wir die offen? Wollen wir die irgendwie offen machen? Hallo? Mag jemand? Magst du die offen machen? Was konntest du denn? Ich weiß gar nicht, was du konntest. Ich verneige mich vor dem fünfgesichtigen Herrn von Parvati, der mit verschiedenen Ornamenten geschmückt ist. Der strahlt wie ein Diamant. Aha. Genau, mein Freund. So schaut's. Wer bist du? Was kannst du? Ach, hier geht's lang. Äh, wo ist denn jetzt der Onkel wieder? Da. Der hat meine Waffen so gelassen, wie ich's gerne hätte. Danke. Spielen wir mal Cowboy, würde ich sagen. Hallo? Hört ihr das? Klingt, als könnten die Wände sprechen. Ja. Und was sagen sie? Ist das ja schon wieder der gleiche Raum wie gerade? Wir sind da unten rein und da unten wieder raus, oder was? Spinnig? Wahrscheinlich ja, aber... Ich mein... Spinnig? Von da oben kamen wir, oder? Ich geh mal gucken. Was soll's? Kann da nicht schief gehen. Ja, da ist der Anfang. Jetzt bin ich einmal im Kreis gerannt. Habe ich das denn gemacht? Hört ihr das? Klingt, als könnten die Wände sprechen. Ja. Dann unterhalte ich doch mit den Wänden. Meine Güte. Geh mir nicht auf den Keks. Was ist denn hier hinten? Türchen. Ah, ist da dunkel. Kriegen wir das offen? Hallö. Ach Gott, schon wieder weiß ich nicht, was ich tue. Das ist toll. Das ist so toll. Also geh ich am besten da hinten nochmal durch den Gang, wo ich gerade durchgegangen bin. Weshalb hängen wir hier so rum? Weil ich den Weg nicht finde, du doofe Nuss. Du könntest mir ja sagen, wo es lang geht. Dann müssen wir hier nicht rumhängen. Was haben wir hier hinten? Mal hier schon gucken. Noch eine Tür. Also wenn es ein einzelnes Spiel gibt, dann sind es reichlich Türen. Auf jeden Fall. Uppala. Jo, jo, jo. Tür. Gut. Ratatata. Da war gar nichts. Da war... Alter. Panikreaktion. Einfach mal auf die Tasten kloppen wie so ein Bekloppter. War's das? Waren das alle? Hm. Warten wir sehen, ne? Nein. 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 Je. Wir sind Körperteile entgegen geflogen. Das ist eklig. Nicht vorne, Simone. Halt durch. Ach Gott. Stirb doch halt. Das war mein Fehler. Ja, ach. Ich hätte doch nicht gesagt, dass es meine Schuld war. Ich höre Gash, na? Ach Gott, Kinder. Das echt mal. Aber da kommt noch so ein Großer. Übertreib doch direkt. Reloaden? Oh, keine Muni mehr. Darf ich mit dir spielen? Danke. 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 Team Alpha ist hinüber. Eventuell mache ich da irgendwas... ...ein kleines bisschen falsch. Ich weiß nicht hundertprozentig was, aber... Ach, Granate. Klar. Hm. Bam, 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 bam. Die mag ich nicht. Die ist irgendwie... Mit ihm komme ich gut klar. Was ist das denn hier unten eigentlich? Ach, das war Reloaden? Oh Gott. Badabada, badadadada. Ich erhalte hier sehr seltsame Werte, Sir. Ich auch, glaub mir. Dafür brauchen wir jetzt... Ja, ihr wisst alle, wo es lang geht. Ich merke es schon. Danke. Aber bevor wir da unten reingehen... Bam, 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 bam. Sieh ein, Sieh ein! Ich bin wieder online, Sir. Wir haben verletzt... Kein Ding, kein Ding. Ich belebe euch alle wieder. Ich kann das. Ich bin Pro. Ähm... Ich bleib doch, falls wieder einer nahe kommt bei der. Nicht ruckeln. Kinders, wenn ihr mal da weggehen würdet, dann würdet ihr nicht gegrillt werden. Ist euch klar, ne? Das ist weg, ist er. Ist mein System in Ordnung? Die hat's erwischt! Die ist verletzt! Mhm. Wenn ich hier nicht alles alleine machen würde, ey. Ich komme, Simone. Komm hier. Du und... Du... Nein, dein System ist ganz und gar nicht in Ordnung. Oh jee! Was soll das denn, du Freak, ey? Weg! Mal ihn wiederbeleben? Ne, sie wiederbeleben. Sie braucht Hilfe! Ähm... Dann nehmen wir mal sie. Keine Ziele mehr in Sicht, Sir. Die hat nämlich gute Munition. So, wo ging es jetzt lang? Hier runter kam direkt so ein... Granate! Ja, der ist doch gleich wieder da. Was soll denn das Geschrei? Ich muss euch aus dem Gefecht. Hm, so, das ist mir aber ordentlich, komm. Ich kann das, ich bin Profi. Ja, ihr seid schon Profis. Das merke ich, also... Hast dir ganz schön Zeit gelassen, was du... Sicher, sicher! Ihr verreckt da wie noch was und ich hab mir Zeit gelassen. Klar, es kamen die ganzen Dicken, wo wir gestorben sind, gut. Granate! Fire in the hole! Ja, die war ja Fail. Aber schön. Haben wir nichts mehr zu tun? Granate! Jetzt sind wir da bei den Fritten. Jesus, Rollings! Vorsicht, Granate! Ja, macht nix. Church hat's erwischt. Ja, wo werf ich denn hin? Jetzt aber kommt eine schön da hin. Church hat's erwischt. Wuhu! Das wird noch eine Weile wehtun. Control.erreich, das ist ja... Mal Funzel anwerfen. War's das? culofe, das sagen. Modern Seite.erreich, dasانkt.erreich.